Äh? Schon besser. Achieve! Und damit hallo und herzlich willkommen Leute zum ersten Unboxing-Video der Sido Limited Special Edition Box des neuen Albums V.I. V.I. steht dafür für das sechste Album von Sido, sind ja die römischen Ziffern auch für sechs. Ja und das Sido Album kam am 4.9.2015 natürlich raus und deswegen dachte ich mir mal, nutze ich das mal als Anlass für mein allererstes Unboxing-Video auf diesem Kanal. Ja und dann beginnen wir doch mal. Als waschechter Sido Fan musste ich mir die natürlich zulegen. Und ja, wie ihr auf dem Titelbild schon sehen könnt, oder auf der Titelseite ist einmal Sido abgebildet und natürlich Sido mit der passenden Schrift V.I. Auch mit der Maske an der Seite. Und auf der Rückseite sehen wir einmal die Tracklist. Unter anderem dabei Löwenzahlen, das viele von euch wahrscheinlich schon kennen werden mit Oleg Sesh. Astronaut, Akan oder auch, was ist noch ganz bekannt, Götter im Arm zum Beispiel. Gab es auch ein Video schon von. Ja, dann öffnen wir diese Box doch mal, diese wunderschöne Box. Das macht man einmal mit einem Verschluss an der Seite. Das ist so ein Magnetverschluss. Also kein Klett oder was, sondern einfach ein Magnet. So, dann klappen wir die doch mal auf. Haben wir hier einmal diese gesamte geile Fotoleinwand quasi. Sido in New York. Auch mit Dylan Cooper von Akan. Und natürlich das prachteste Exemplar der ganzen Box, das Album selbst. Das ist in so einer kleinen Papphülle auch verpackt. Auch mit so einer Fotoleinwand, nenne ich es jetzt mal. Und darauf sehen wir einmal Sido mit seinem Berlin-Pulli und der neuen Maske. Das ist nicht die alte Maske von MeinBlog zum Beispiel, sondern das ist die Maske aus Maskerade. Die neu angefertigte quasi von 2013. Ups, da ist schon gerade was rausgefallen. Aber es macht nichts. Das ist der Merchandise von Sido und seiner 3D-Figur unter anderem. Gibt es ja von Sido so eine 3D-Figur. Ja, und dann haben wir einmal die wunderschöne CD auch mit dem Berliner Bär drauf. Und dazu findet sich noch ein Sido-Bublet. Da sind alle Titel drin verewigt. Und dazu natürlich auch die Lyrics, also die Songtexte selber. Die kann man da alles nochmal nachlesen. Natürlich mit passenden Bildern dazu. Ja, auch nochmal mit solchen Hochglanzfotos von Sido selber. So, dann haben wir hier einmal die normale CD. Und dann noch dazu nochmal hier an der Seite. Ganz knifflig die rauszuholen, aber hier ist sie. Das sind die Instrumentals. Die passen zu den Liedern nochmal. Die sind bis hier auch nochmal mit bei. So, kriegen wir die da wieder rein. Und halt das alles als so eine Fotoleinwand designt. Finde ich ganz schick, ehrlich gesagt. Sieht schon super aus. Und auf der Rückseite ist nochmal die Tracklist von VI. Ja, und jetzt das ganz Besondere an dieser ganzen Box. Das ist eigentlich diese limitierte. Käppi, die ist auch nur in der Box erhältlich. Und auf der ist auch nochmal der Berliner Bär. Bär? Bär, Bär, Bär. Und an der Seite steht auch nochmal Sigi Smoltz. Genau, Sigi Smoltz, Sido. Biggie quasi. Biggie Smoltz. Und das Logo ist natürlich auch von dem Album selber. Ja, damit war es das auch schon mit der Box. Ich hoffe, euch hat mein allererstes Unboxing-Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich klapp die mal wieder zu. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!